Simpel. Oh, hier oben brennt es ja sowieso schon. Ist ja herzallerliebst. Hier muss es aber... Oh, was sag ich? Hier muss doch was Spezielles sein. Nicht Geld. Wieso habe ich das geahnt? Ich habe es geahnt, Leute. Ich habe es wirklich geahnt. Als wenn wir hier lang gehen, dass dann gleich diese ganzen Stalker hier hinter uns herkommen. Scheiße! Meine Fresse! Oh, Feuerkämpfer! Komm hier noch mal weg. Ja. 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 Stimmt, die brennen nicht so gut. Hab ich gehört. Ich könnte darüber, aber ich könnte aber auch hier durch. Oh, 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 ich brenne, ich brenne, ich brenne, 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 brenne. Typisch, kaum kriegt man was, ich brauche schon wieder einen auf den Sack. So irgendwie. Oh, ich hoffe, das Leben ist bald vorbei. Oh, ich bin bald. Maliger Pimpam. Auch nur ein Schreihals. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der? Scheiße! Ihnen noch einmal her! Jawoll, mir geht's! Kann ich ja schlagen euch alle! Oh, Healing, Healing, Healing! Oh nein! Aber der hat wenigstens noch ein Healding gedroppt. Mit MP-Munition. Was ja auch schon mal nicht so schlecht ist. Jetzt machen wir mal ein bisschen Healing und dann passt das auch schon wieder. Jetzt gehen wir da hoch, jetzt gehen wir da hoch. Das gefällt mir gar nicht. Also wie immer. Na toll, ich brenne! Oh, Mann! So Burning Down the House kennt ich aber anders. Ich bin ja immer noch ein Heil. Nein. Doch! Nee, nee. So ist nur grünes Licht, Scheiße! Jawoll, Ende des Levels! Erst irgendwas muss es hier doch noch geben. Ne, gibt es nicht. Okay. Mission beendet. Don't! Ja, und damit sind wir auf dem Friedhof. Gehen zu den Militärgräbern auf dem Friedhof, um das Grab von Patient Null aufzufinden. Erstmal gehen wir nochmal hier hinten lang, weil wegen Geld und so. Oder muss ich sogar hier hinten lang? Nee, ich gedenke mal nicht. Lass mich in Ruhe. Ich kriege so ein Milch das Gefühl, dass ich hier irgendwie weiß ich auch nicht. Oh Gott, ein Furzi. Nee, hier bin ich doch irgendwie richtig schon. Nee, hier bin ich falsch. Wusste ich doch. Also waren hier einfach nur noch Sachen zum Einsammeln. Hier bin ich richtig. So, dann wollen wir mal shoppen. Haben wir denn irgendwelche neuen Rüstungen, Exo-Rüstung, Amor? Ich glaube, wir nehmen die Amor-Panzerung 4, weil... Ja, das lassen wir mal so. Amor. Nee, machen wir so. Ja, das passt. Okay, dann gehen wir mal zu den Poffen. Gotteswelle. Wir haben hier noch so viel zum Aufrüsten. Okay, damit waren wir fertig. Damit waren wir leider noch nicht fertig. Hm, Kling-Kanone, Kling-Grüße. Oh, aua, aua. Jetzt bin ich schon wieder fast pleite. Ja, den Rest stopfen wir mal in die Schrote rein. And... Genau auf Null. Yeah, warum gibt's dafür keine Trophäe? Ach, hab ich gar nicht ausgeschaltet, die Trophäenanzeige. Verdammt. Aber ab und zu möchte ich ganz gerne wissen, ob ich Trophäen habe. Bada-bam, badaboo. Alter, da fliegen die Zombies aber mal richtig tief. Ich glaube, heute gibt's Regen. Wie komm ich drauf? Ganz einfach, die Zombies fliegen heute tief. Oh, jetzt hat sich noch einer verirrt. High-Pack. Was ich momentan nicht gebrauchen kann. Also holen wir uns Mani-Mani das. Ich stehe dais. Auch gehen wir doch hier nicht auf, Sack! Nein, nicht rumjaulen! Warum du? Warum jetzt? Warum hier? Oder würde ich mal sagen... Headshot! Ja, Geld! Also wenn das so weitergeht, dann haben wir gleich unsere 100.000! Auf! Oh, hier sind einige! Ja, wir schießen sie einfach mal aus der Ferne nieder! Komm ihr denn weg! Jetzt seid ihr hier aus den Gräbern rausgekommen, so klassisch-retro-mäßig! Okay, dann kaufen wir mal wieder was! Flammenwerfer... 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 Die hatten wir fertig! Und pleite! Außer wir können noch irgendwie... Für 4000... Nichts mehr kaufen! Und... Nichts mehr kaufen! Kommt her, ihr Schweinehunde! Da ist sogar was am Brennen! Da ist sogar was am Brennen! Oh Gott! Oh Gott, 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 Gott! Das wird mir ja allmählich zu viel! Oh nein, wir haben hier noch irgendwo einen Schrei-Heini! Wir hatten einen Schrei-Heini! Wir hatten einen Schrei-Heini! Wir hatten einen Schrei-Heini! Und... Warum habe ich eigentlich was gesagt? So... Amor-Panzer-4! Nice! Und... Get! So schnell den gekillt, bevor der hier rumbölkt! Vergiss es! Woah, Schiff! Blablablablabla! Lass' du diese Runner-Miss, Digger! Die bereiten mir Unbehagen! Die bereiten mir Unbehagen! War da gerade nicht ein Heil-Item? Na, mein ich doch! Da! Während einer Zombie-Apokalypse rennt man ja auch immer freiwillig auf den Friedhof! Da! 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 really!